Hemos a este paso. Hallo? Ich soll was abgeben. Was denn? Wolf-Club vom Direktor Reiter. Ich bin der Fahrer. Moment. So lange. Wir haben Ihre Tochter abgeholt. Das Mädchen wird sterben, sterben, wenn Sie nicht tun, was wir sagen. Keine Polizei. Wenn Sie die Polizei einschalten, hören Sie, hat Ihre Tochter keine Chance. Hören Sie, keine Chance. Was wollen Sie denn? Wir melden uns wieder. Und noch einmal. Keine Polizei. Moment noch. Fatim! Fatim!